die runde von maulu spaß die leute herzlich willkommen zurück zu ghost mit dem hitcher unter dem für sie und den schuhe hallo festhalten wird holprig nichts passiert ich hab gar nichts mitgekriegen oh das war unidat oh der ist ein schrauber wir fahren mal den opa oh was ist denn hier los ja ja hier ist kurze eskalation warte hier steigen wir aus da ist direkt einer vorsicht ist down das wichtige ziel sitzt oh kack kack ich lieg ab der tankstelle ist voll explodiert ich bin gleich da direkt unidat alter die muss irgendwie erstmal jemand aufheben glaube ich sonst haben wir echt ein problem ja ich versuch es gerade aber hier sind noch welche oh richtig ja such einfach den helikon ja pass auf direkt vor dir ja natürlich muss ich jetzt nachladen ja ich würde es gerade sagen sah sah lustig aus der ist tot da ist noch keiner doch da ist einer kann ich das hier aus der ecke machen ja ja immer schön rein mitten ins herz hier wo ist ein sniper guck mal einer geht gleich aus ey gehen die mir auf den sack was hat der jetzt nicht gesagt oder und das steckt ihre nase auch ins arschloch Ich bin im Heli. Ach, ich dachte, das wäre hier schon die Mission. Nein, nix Mission. Ich wollte ja nur den Heli haben. Wir müssen kommen. Go, 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 headshot, Leute. Ich laufe. Los. Wo ist er denn schon wieder, der Schüsselpeter? Ich bin im Lösch, den Opa noch mitnehmen. Ja, ich bin schon fast da, ihr Pläppos. Ich will euch da aufhalten lassen. Ich bin hier mit meinem Moped unterwegs. Oh, ein bisschen Silvester machen hier. Der Opa macht alleine. Der ist schon. Aber der, fährst du mit dem Moped, Opa? Ja, ich bin schon da. Ich spotte schon mal hier ein bisschen. Hier, die Uni, das haben wir schon mal los. Oh, jetzt gestört. Oh, ich bin aber windig, Alter. Ich bin schon im Gelände hier. Ich hab da was von oben runterfallen lassen. Kann man ein Problem gleich? Oh, nee, die Palme ging noch. Alter. Seht ihr, was hier los ist? Ja, ihr müsst ein bisschen aushalten. Oh, Alarm ausgelöst. Super gemacht, Leute. Also, das wussten wir jetzt auch nicht. Also, hier, ich will nicht sagen, aber ich muss hier landen. Oh, der Uni, das ist echt zu heftig. Bin ich allein im Heli? Nee, du bist noch mit mir. Die anderen sind schon fahrungsgesprungen. Boah, fuck, Alter. War das auf dich. Aber hast du gesehen, was ich für eine krasse Wende geflogen habe? Ja, ja. Das Ding scheint kurz mal kerzengerade da los. Ja, das ist toll. Wir müssen aufpassen für sie, weil... Natürlich schön aufgescheucht. Von der Stadt kommt auch noch, also Konvoi kommt auch noch. Wir sollten vielleicht erst mal mit der Drohne für sie. Ja. Okay, ist alles gechämt. Ja. Nur ein bisschen Panik, weil hinter uns, guck dir das mal an, da ist auch schon dick Palaver. Ja, ja. Oh, und nicht das Patrouille haben wir verloren. Mein Gott, wer schießt denn hier auf mich? So, Strom ist aus. Okay. Ich bin hier direkt bei der Alten, ne? Ja, ich sehe sie auch. Oh, 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 oh. Wer, den habe ich? Oh, lol. Warte mal, lass uns mal versuchen, hier die Position zu halten. Ja. Oh Gott. Okay, das zum Thema. Für wen? Oh, direkt hier auf die Treppe, Mann. Hab ich. Hab ich nicht. Hab ein. Okay, sind wir noch ein oder zwei? Ja, nice. Der ist down, der ist down, der ist down. Sehr gut. Wir müssen aber noch mehr rumschlingeln. Wow, wow, wow. Jemand ist am Geschütz. Ist down, ist down, ist down. Okay, okay. Hab ich direkt, direkt in den Kopfballer. Lebe ich mit ihm wieder am besten. Wer kommt? Ja, das ist vorhin. Das ist vorhin, das ist vorhin zweiter Meter entfernt. Alles gut, alles gut. Ich will denke, ob ich die Heide befreie. Die sind hier in den Häusern. Ganz ehrlich, mach das mal. Aber irgendwas ballert hier wild auf mich. Ja, da. 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 Ich hab ihn. Der ist down. So, jetzt hole ich sie raus. Ich geh mal schnell. Ich hab den Sniper irgendwie. Ja, ich hab ihn. Alles klar, mach deinen Arsch frei. Nee, komm, lass mal mit. Oh, Sniper. Okay, ich hab sie. Ich hab sie, wir müssen los. Oh, die wehrt sich aber. Die wehrt sich aber diesmal wirklich. Okay, wir müssen uns verpissen. Ja, ich hab ihn vorhin ein Auto. Oh, fuck, fuck. Hier ist aber nix. Und unten ist noch mehr. Wie weit müssen wir denn? Ich komm hier nicht runter. Doch jetzt. Ein paar mehr hinter Banus. Da oben ein Sniper. Oh. Ja, ich weiß nicht wo der ist. Das ist halt schon noch. Hab ihn. Hab ihn. Ich bin der Pistol geholt. 1,9 Kilometer hier oben. Wir brauchen ne Kacke. Da vorne aus den Autos. Unten ist ne Straße. Aber da sind halt alle Gegner. Ja, hier hinten sind Autos. Leute hinlegen! Ach nee, geht ja nicht. Ich bin im Haus. Steckt euch vor dem scheiß Heli. Er hat mich gesehen. Da ist ja irgendeiner. Muss den Heli runterholen. Ich komm mit der nicht weiter. Ah, ich glaub jetzt raus. Ja. Den schützt du ab. Ja, Heli hängt da kurz in der Füße. Aber auf mich halt immer noch geschossen hier. Ja, auf einen Daumen. Jetzt müssen wir mal ins Auto kommen. Ja. Kommen wir runter zu den Autos. Nimm den großen. Ja. Nimm den großen. Ja. Ah, bei der alten kannst du nirgends wo runter ey. Das ist zum Heulen. Da. Ist das so? Oh, hinter mir! Ja, ich hab ihn. Noch einer oben. Warte, die sitzt im Auto. Warte, die sitzt im Auto. Ich muss doch mit rein. Komm nicht rein. Hab ihn. Kannst du nicht hinten reingehen oder so? Jetzt. Bin drin. Hier kommen wir raus. Dann fahr ich mit dem eigenen. Ja, fahr du mit dem. Ich fühl sie hier. Komm rein. Oder fahren die anderen. Nee, passt. Alter, die laufen doch alle nicht mehr rund hier ey. Weg da, du Schwein. Weg da rein. Wow, 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 wir müssen nach oben. Alter Vater ey. Die haben aber noch mal den Konten rausgeholt, oder? So ist's los, was? Ach, Quatsch nicht. Ach, Quatsch nicht. Wir haben gerade beide Hände am Link gerade, weil wir ein bisschen fix unterwegs sind, kannst du mal meine Hosen-Stall aufmachen? Hier vor uns, ey, ballert den aber weg hier! Hier! Ja, ein paar Baller! Alter! Hier, unsere Kumpel ist rechts! Juhu! Oh, wir gehen wieder aufholt! Juri, kommst du mit? Ja! Boah! Oh, macht da keine Scheiße jetzt! Macht da keine Scheiße, Alter! Ich hab den mal umgefahren in einen, aber ich mag, dass ich wenn die da rumchillen, ey, und Leute ärgern! Santa Muerte war so hart, ich verlasse! Boah, der Cheap ist geil, ey, ist er das? Santa Muerte ist jetzt wohl auf unserer Seite! Bitch! Bitch! Will sind wir! So, warte, ich muss die Tussi noch rausholen! Hier! Komm raus, du Schlampe! Zack! Jetzt werden wir dir erstmal beibringen hier, was es heißt! Oh, Alter! Wollen wir das Autofleck nicht fahren? Alter! Oh, die wehrt sich! Guck dir das doch mal an hier, ey! Weißt du, was sie will? Bin ja ne Frau, ne? Ich sag dir eins, ey, die will die Schere! Die will die Schere! Oh, jetzt! Habt ihr Video-Sequenz? Ja! Ja! Bebietsen! Ich habe mich verbrochen! Santa Muerte ist mein Licht und mein Weg! Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich! Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon! Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte! Vielleicht im nächsten Leben! Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas! Ich bin doch kein Judas! Ich bin doch kein Judas! Ich werde dich über dem Sueño verraten! Ich werde dich über dem Sueño verraten! Nun! Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett! Sie werden Ihnen das Leben zur Hölle machen! Der Glaube lässt mich die Hölle überstehen! Hm! Hoffen wir, Ihr Glaube reicht! Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle! Jetzt gibt es sich ja auch! Ey, also die haben wir nicht getötet, die haben wir befreit! Auch mal nicht schlecht! Ich dachte, wir töten sie! Eine Story-Wendung! Lalalalalalalalala! Fette Schaufschutzgewehr! Fette Schaufschutzgewehr! Fette Schaufschutzgewehr! Fette Schaufschutzgewehr! Weltpuff嘿- Alter ist das die geil! Toh, Ausschuss unten, gucken! Äh, 突ah dass wir das hier"! Wie hast du denn? Dann ist sie doch! ortal ist sie doch already self-weg ver protests! Also wir haben uns ane dent metals Microbruch auch hier… Ah, ich rede weiter definitiv! automatisches scharfschützengewehr wie geil ist das denn bitte aber kein schalldämpfer neuer einsatz ramon filz hey in la cruz da haben wir da noch gar nichts gemacht in la cruz ist auch kein kopf seht ihr das dann ist er noch nicht entdeckt weil du auf die große karte guckst mit den kappen aber da haben wir schon einen satz finden sie ramon filz und das ist direkt so eins hier so wie immer die letzte mission weißt du ja habt ihr auch also ich ja zwischenboss steht bei mir zwischenboss ok wollen wir ramon mal filzen wo sind wir jetzt wo waren das jetzt wo waren das jetzt ach wir sind wieder unten in dem stein in dem stadtgebiet oder kann das jetzt mal sein sag mal bin ich nur bescheuert wo sind wir denn ach da oben sind wir alles klar dann lasst mal hier den heli holen direkt vor uns ist wenn wir noch ein bisschen zeit könnten wir eigentlich zu ramon kann ich dich kann ich den rein theoretisch ich fahre jetzt vielleicht nicht so gut egal hinter uns in die stadt also rund drehen und drehen und da den abhang runter hier links also auch mit dem abhang runder kann man theoretisch auf den rädern fahren ja genau hat er nicht überfahren oder was ich liege in der hinschau und er springt über das hause der müsste aussteigen ich bin direkt verweckt ich kann sich an den fänden aber aber ich habe ich auch im vortrag zu machen als kann er er wird im wagen hochgegangen ach so doch kann auch sein Sorry, war vielleicht ein bisschen übereifrig. Ach, markiert ist markiert. Wie ist das eigentlich mit den Waffenspeichern, die automatisch ab? Wenn man da rüber läuft, muss man die aufheben. Achso, nein, die musst du aufheben. Aber die sind meistens kacka. Pass auf, hier sind Leute. Oh, Hitcher liegt gleich. Abschuss. Okay, und direkt aufhauen. Oh, mach doch. Sorry, Benedikt. Oh, ich bin drin. Aua, 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 Aua. So, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht. Was? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Alles kein Problem. Das macht halt so einen Counter. Wie viele Hähnest du schon gestrottet hast? Wann und Aufhautfall. Mann. Kann man diesen Stromnetzen hängen werden? Ich glaube ja. Ja. Aber eins muss man echt sagen. Also die Landschaft ist absolut ober-shit, ne? Ja. Das sieht schon wirklich sehr geil aus. Ich könnte den Heli tauschen hier links. Da sind auch zwei Info-Bund da. Oh, braun. Kann denn nicht viel zu sein. Dann kommen wir in eine neue Provence. Ja, Wehrwerder. Die Karte zeigt eine Hauptstraße, die in die Stadt Wehrwerder führt. Wehrwerder. Ja. 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 Ich nehm noch auf. Ich nehm noch auf. Ich nehm noch auf. Ja. Ich hab meinen Aufnahmestopf nicht gedrückt. Toll. Ja. 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 Das ist abgeschmiert. Boah. So. Wie sieht das aus für sie? Meine Festplatte ist voll. Oh. Ficken. Bitte eine Folge oder was? Wir nehmen eine Folge jetzt. Wo ist denn der Heli? Ist der auf dem Dach? Oder ob der auf dem Dach ist denn? Nein. Wir haben gesagt, wir tauschen den Heli. Ja. Ja. Ach. 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 Du kannst ja gar nicht suchen. Super. Konvoi. Ich bin down. Alles klar. Blüdern wir den Truck. Lächeln hier nach. Ja. Anger. Ich bin gerade gestorben. Ich bin gerade gestorben. Wegen Konvoi. Ich bin rausgelaufen. Konvoi habe ich voll abgeballert. Achso. Konvoi steht auf jetzt. Ja ja. Den holen wir eben noch runter. Alles klar. Alter. Geht's denn? So. Jetzt aber. Geht's denn? So. Jetzt aber. Na ja. Ich bin jetzt irgendwie weg. Ich bin unterwegs. Jetzt knallt mal die anderen. Und dann alles geht. Ehh. Hier genau ist einer neben mir. Babin. Oh. Der Heli ist hinüber. Könnt ihr einschagen? Na ja. Auf welche? Jetzt ja. Tschüssi Na gut, meine lieben Freunde Das war's das Mal gewesen Vielen Dank fürs Zuschauen Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat Schaut bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder vorbei Und bei den anderen Bis dahin, tschüss Ciao, ciao